Digitale Geschäftsmodellinnovationen. Sie werden immer bedeutsamer für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Doch wie kann ein Handwerksbetrieb davon profitieren? Wo soll man beginnen? Zum Beispiel mit dem Methodenbaukasten des Forschungsprojekts Trend. Fünf einfache Schritte helfen Ihrem Unternehmen bei der digitalen Transformation. Starten Sie mit der Analyse des Ist-Zustandes Ihres Betriebes. Was ist Ihre Zielgruppe? Welches Kundenproblem versuchen Sie zu lösen? Woher kommen Ihre finanziellen Mittel? Haben Sie diese und weitere Fragen beantwortet, ist es nun an der Zeit, Ideen zu entwickeln. Da setzen Sie sich in die Lage Ihrer Kunden und erleben Sie selbst, was deren Probleme, Fragen und Motivationen sind. Das schafft Anreize für die Entwicklung neuer Ideen und Verbesserungsvorschläge. Wählen Sie anschließend eine Idee aus. Wie? Nutzen Sie das Ideenpotentialkreuz, um Ideen mit hohem Geschäftspotenzial und schwerer Kopierbarkeit zu erkennen. Auf diesen Ideen sollten Sie weiter aufbauen. Jetzt wird gestaltet. Erstellen Sie ein Konzept, das Ihre neue Geschäftsidee detailliert beschreibt. Und dann ist es soweit. Setzen Sie Ihre Geschäftsmodellinnovation um. Aber machen Sie kleine Schritte. Nutzen Sie eine Minimalversion Ihres neuen Produkts, um es bei geringem Risiko vom Kunden testen zu lassen und von den Reaktionen zu lernen. So erwecken Sie Ihre neue Geschäftsidee Schritt für Schritt zum Leben. Der Trendmethodenbaukasten ist natürlich auf verschiedenste Branchen anwendbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.trend-handwerk.de 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 www.trend-handwerk.de